Hallo, ich bin John, 22, mache eine zweite Ausbildung als Strassenbauer beim Hösli Strassenbau und zeige dir heute, was ich den ganzen Tag so mache. Auf dem Strassenbau bauen wir Leitungen neu und sanieren sie. Wir versetzen den Randabschluss der Strassen und sanieren die Belege und frisch ein. Das Schöne auf dem Strassenbau ist, dass man immer voraussens ist, man kommt etwas herum und sieht immer vieles Neues. Und mir ist wichtig, dass man am Abend etwas sieht, was man geleistet hat, was man noch lange bestaunen kann und stolz darauf sein kann. Was mir beim Hösli Strassenbau gefällt, ist, dass wir ein tolles Team haben, super Weiterbildungsmöglichkeiten und auch grosser Maschinen- und Gerätepark, der uns vieles ermöglicht. Wir sind im Glarnerland und umgeblich tätig. Darum haben wir kurze Arbeitswege und sind immer Zeit im Feierabend. Wenn du deine Lehre machen willst, brauchst du ein gutes Vorstellungsvermögen, keine zwei linke Hände und sollst Freude an Teamarbeit haben. Also jetzt hast du gesehen, was mir so leistet. Bist du körperlich fit, hast Freude an Teamwork und Interesse an maschineller Arbeit? Dann komm doch auf einen Schnupperlehr und überzeug dich selber. Das Hösli Team freut sich auf dich. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.